Weiter geht's mit Super Mario Bros. Wanda in den Fungiminen. Da sind wir nämlich letztes Mal angekommen und uns wurde gesagt, wir sollen hier runter, aber da kommen wir nicht runter. Wir müssen jetzt mal noch ein paar Level abschließen, deshalb mal direkt weiter mit dem hier. Obacht vor dem Baumel Gifttümpel. Was ein Maufel, ey. Das ist zwar ganz cool, das Abzeichen, das ist möglich, aber wahrscheinlich erst dann, wenn ich es auch wirklich brauche. Ich will jetzt mal so versuchen, alles zu finden. Aber trotzdem cool. Okay, sehr viele Pilze. Will ich auch erwarten bei einem Ort namens Fungi. Hallo, was geht ab? Ich hoffe, ihr hattet einen guten Tag. Und ich glaube, da runter zu fallen ist unschön. Sehr, sehr unschön. Also, wir sollten aufpassen, dass uns das nicht aus Versehen passiert. Hey, Gumba. Hey, Gumba. Komm mal hoch. Dankeschön. Yes. Wunderbar. Äh, ja, hallo. Okay. Okay. Klappt. Ja, ist zu mir leid, Kumpel. Ciao. Warte, was? Das war das zweite? Was? Das war, das war, das war die zweite Münze. Wo, das war das Anfang des Levels noch hier. Oh, wir tot. Au, wow, wow. Ne, sorry, da muss ich mich nochmal, muss ich nochmal restarten. Wo war denn hier bitte die erste? Äh, hast du einen Hinweis für mich? Oh, Tatsache, du hast einen Hinweis für mich. Wow. Okay. Bisschen random, wenn ihr mich fragt, aber, na gut. Stachel können wir zumindest nichts, weil ich ja meinen Stachelhut aufhabe. Mein Bohrerhut. So kann mir das rein gar nichts. Hehe, boink. Das sind coole Gegner. Ich finde auch voll schön, wie das hier alles aussieht, aber das sage ich ja gefühlt jede Folge. Also, ja. Tidin, yippie. Wah. Was war ich? Ist was? Ne? Okay. Wenn nichts ist, dann ist nichts. Oh, wow. Knapp. Knappes Ding. Ich habe ein bisschen Angst, ob es hier noch ist. Ah, das wird wahrscheinlich sein. Wahrscheinlich eher nicht. Zwei? Wie so noch zwei? Muss man alle von den killen? Tatsache. Auch von Anfang an des Levels, oder was? Sidefire-Quiz? Okay. Was ist der schwierigste Grad dieses Levels? Zwei? Drei? Was ist denn, wenn man Rolf berührt? Verlieben, Rückstoß, Schaden. Rückstoß. Ich mag die Musik aber sehr. Maripos 3. Was kann alle Irfan tun? Auf Bällen laufen, Bauchklatscher, Sprühen. Sprühen. Wasser sprühen. Bochklatscher, oder nicht? Welchen Abzeichen-Test gibt es auf den Blüteninseln? Hey, Finkick. Oder? Ja. Doch, auf den Inseln gab es der Finkick. Was weiß ich noch. Wunderbar. Ich meine, das ist nicht wunderbar. Ja. Das war cool. Was ist was anderes? Ich habe mich ein bisschen an dieses Sniffits Show geändert. Wenn ihr wisst, was ich meine. Oder muss ich hoch? Frag mich mal. Ich muss da hoch. Verdammt. Wie mache ich das denn? Wie komme ich da hoch? Boing. Ah, klar, dass es passieren würde. Gut, dass ich einen Zusatz habe. So komme ich da hoch. Ach, Mann. Na, dann halt von hier. Boing. Wow, nur Münzen. Ich dachte, wäre schon die dritte Zehner Münze, die uns noch fehlt. Nö, leider nö. Oh, hey. Ach, das. Ach, Mann. Muss doch jetzt nicht sein, Spiel. Oh. Danke. Nicht die Kappe vergessen, Mario. Hier brauchst du noch. Ernsthaft? Äh, ernsthaft? Wie bin ich eigentlich jetzt? Okay. Ja, manchmal gehe ich leider down diesem Spiel. Aber ich finde es sehr cool, wie schnell man wieder zurück im Action ist. Ohne, das finde ich sehr, sehr cool gemacht. Okay. Es bleibt alles gespeichert. Genau, richtig. Das heißt, das hier muss ich nicht neu machen. Und das heißt... Dass ich jetzt wieder sterben werde, wahrscheinlich. Hoffentlich nicht. Aber wahrscheinlich sowieso. Muss mein Bestes geben. Muss ein bisschen Skill beweisen. Okay, bitte sag mir, ist das Ziel. Doch, da oben ist das Ziel safe. Ja, das Spiel spars nicht mal rum. Wir kommen ja schon zum Ende. Oh, da oben war noch was. Da war eine Münze. Ach, egal. Wird doch schon nix sein. Kein Ziel gut Exit. Das war nichts. Yeah. Yeah. Bam, 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 bam. ist der klatsch 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 ah nice maros 3 was ich muss sie killen marie guckt so traurig ja schon vorbei könnte beim nächsten mal noch mehr piranhas umnieten das passt schon so aber jetzt haben wir erstmal ein secret geisterhaus endlich mal ein geister aus diesem spiel festbeleuchtung zur geisterstunde wir wissen sehr viele geisterhäuser haben oder sogar alle einzigen extert ja man kann sich erinnern vielleicht finden wir einzigen extert wer weiß das schon ich weiß dass man es nicht ein bisschen an luigi's menschen von der farb umgebung oder auch neue musik so underground film remix oder das ist geil das ist cool animiert alle einfach weg und die lachen mich noch aus ich glaube dass die richtige tür ja der ist ja die richtige tür cool das mal sehen wo ich bin nicht in den abgrund fallen und sterben was das war glaube ich nur für die zähne minster das kann sein lebst du noch ich dachte ich könnte vielleicht gegen den kämpfen noch mal oder so aber nur passiert irgendwie scheinbar nichts wie machen wir nach vorne nein natürlich fliegt hier nichts außer die bett lagen hier gib mal her da kann mir bestimmt licht machen ja ding 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 ich sage wenn ich irgendwann noch mal runterfallen oder es wird noch mal passieren ich weiß es einfach irgendwann fühle ich mich zu sicher das macht spaß ist doch schön dass man einer von uns beiden spaß hat egal ich habe sie können das orte matters wieder eine neue blume oder nein nur sens und stückchen und da gehe ich jetzt nicht rein ich gehe jetzt hier lang oder kann man da gar nicht rein doch okay verstanden das ist ein schlechterer weg weil hier gibt es nicht nur checkpoints sondern auch die oberte vermutlich was zum wo lag ich falsch oh schau mal da oben da ist ja was schönes für mich das ist keine riesen boohu was zum könig boohu lächtliche boohu opa jetzt singen die kann aber lossehen wenn er möchte nicht lang das sei geil selbst die mimics tanzen dazu die 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 na ja Das war ja mega cool, mit dem König Boo, auch mit seiner Luigis Menschenlache. Oder was auch immer das war. Das war geil, das hat mir echt gefallen. Das war richtig cool. Das war alles andere als gruselig, du. Das war eher lustig und unterhaltsam. Stellt euch vor, wir wären jetzt einfach hier lang gegangen und hätten das niemals entdeckt. Das wäre voll traurig gewesen, oder? Nein! Warte mal. Na, ist das nicht ein Ernst, oder? Wir cheaten uns hoch. Haha. Geht das? Ja. Willkommen. Nö. Plopp. Das war richtig nice. Yeah! Du, bau, bau, bau. Tüdelö. Danke so much for the play. So, aber Mario hat sich leider die Hose voll gemacht, deshalb muss er jetzt raus. Aber Daisy kann ja einspringen. Hi, I'm Daisy. Daisy hat ja auch noch ein Secret Level entdeckt, was sie gerne spielen möchte. Und zwar, düster Materie berühren verboten. Ja, vor allem bei Daisy berühren verboten. Frag mich nicht. Achso. Ich hab auch so sehr L gedrückt, dann macht sie ja automatisch irgendwas an. Okay, was passiert jetzt? Warte, was? Okay. Kann mich das schaden? Ich find's schön, wie sie schießt. So richtig ladylike. Oh, nein! Das kann mir schaden. Geht's auch mal wieder weg? Ja. Die Dinger erinnern mich. Oh, das sieht voll schön gemacht aus. Das ist richtig cool gemacht, wenn ich aber so reinschaue. Ähm, das erinnert mich total an, ähm, Celestas Ungang rund. Und da gab's auch, äh, da gab's auch so Blöcke, die ich jemanden durchdashen konnte. Was hat das jetzt gemacht? Hä? Was zum... Weißt du was für mich? Ich bin unsichtbarer Müsse. Sag mir nicht, ich muss das Level unsichtbar spielen. Oh. Das ist krass. Hey! Okay. Ich folge dem mal. Ich bin grad sehr interessiert, was hier abgeht. Kein Power-up. Aber eine Zehner Münze. Okay. Da geht's nicht rein? Wow! Das war richtig close. Oh, das war aus Versehen. Aber nehm ich an. Dong, dong. Mehr Röhren. Hat Angst. Hat Angst vor meiner Feuermagie. Oh, da Magie. Oh. Oh. Coopers. Ja. Oh. Mario. Danke Mario. Bleib da drin, Kumpel. Ja, ja. Ich hab ne Stimme gehört. Ich muss nur abwarten und abschießen. Yeah. Ich bin auf dem Weg. Ich komm ja schon. Keine Angst. Keine Sorge. Daisy ist am Start. Hi, I'm Daisy. Weiß ich nicht. Wie schön, dass du da bist. Ja? Ja, jetzt brauchst du keine Angst mehr. Sorry, ich kann nicht bleiben. Ich muss weiterziehen. Aber du kannst ja... Du kannst ja meine Videos anschauen. Dann bist du nicht allein. Ich kann sogar mit Ducken schießen. Geil. Es tut mir leid. Oh Mann. Der Arme. Was soll ich denn bitte machen? Ich muss weiter. Wo ist denn... Woher hätte ich das denn bitte ahnen sollen? Das war echt sehr, sehr böse gemacht. Sweet. Nee, nicht so sweet leider. Das habe ich jetzt trotzdem eingesammelt. Naja. Boah, das ist ja richtig böse hier. Okay. Komm. Wanderer. Wanderer direkt danach und nicht davor. Auch böse. Äh, ich möchte da hoch. Darf ich da hoch? Oder bereitest du jetzt einfach nur noch... Da breitest du jetzt nur noch aus, ne? Na gut. Ich kann doch nicht weg. Oder? Nee. Aber du hilfst mir doch bestimmt. Fünf von denen wieder sammeln? Was zum... Äh. Oh, ein böser Mario. Mit einem Powerblock. Der Instanz. Bam. 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 Okay, ich kann Mario kurz stunnen. Und die Koopas sind auch böse geworden. Nochmal auch vier. Okay, das eins. Bonk. Noch mehr. Feuerblume. Vielleicht hilft das auch gegen ihn. Vielleicht sendet ihn das noch mehr. Ich weiß es nicht. Zwei. Bam. Drei. Das ist aber echt cool gemacht, ne? Neun. Wie er sich freut so. Wow. Okay, wie schnell ist er? Bam. Bleib stehen. Bam. Bleib stehen. Das nehme ich mir mal. Boah, er ist sehr schnell. Oh, nein. Äh. Stopp. Wie hat das nicht gezählt für ihn? Oh mein Gott. Jesus Christ, man. Bleib stehen. Oh, bleib stehen. Okay, okay. Alright. We did it. Good job, friends. Oh, was kommt jetzt? Wir sind nach oben. So. Du warst stimmt hier nicht. Hä, wieso geht es nicht nach oben? Hä? Hallo? Wie soll ich das denn so reichen? Das ist ein Witz. Hab ich das übersehen? Das ist das schlechte Ziel? Gibt es hier oben Besseres? Hippa, hepp, hurra. Hä, nein. Da ist das Ziel. Hier gibt es uns gar nichts. Nee. Okay, weil ich schaue es mir nochmal an. Und was muss ich ja falsch gemacht haben? Ja, aber dann komme ich jetzt gerade nicht auf die Lösung. Nein, es tut mir leid. Ich wollte direkt nach oben gedruckt halten, damit ich da direkt hinspringen kann. Bin ich auswesend wieder in die Röhre reingegangen. So. Nee, ist auch nichts. Hä? Was soll denn das? Das verstehe ich jetzt überhaupt nicht. Ja. Nee. Hä? Ich meine, ich schätze, ich kann tricksen. Aber dann muss man ja wirklich spezielle Abzeichen haben, um hier das zu schaffen. Hm. Weiß nicht. Falls einer von euch weiß, wie man es sonst machen soll, außer irgendwelche Abzeichen zu benutzen, dann lasse ich mich auf jeden Fall in den Kommentaren wissen, weil ich habe jetzt älter gesagt, keine Ahnung, aber, ja, rumtricks und funktiert zum Glück auch. Bye, bye. Yeah. Okay, und jetzt sollten wir bereit sein. Außer es kommt noch ein Bonuslevel, glaube ich aber nicht. Na doch. Na gut, dann machen wir das jetzt mal. So, die Verschaumspause verdreht. Okay. Was tun wir jetzt? Sind zwar weniger, aber nicht größer, aber fast jünger als Mario. Ja. Wow. Wo bin ich hier? Sonic? Oh. Hütte ich noch einmal. Oder vielleicht noch einmal. Oh, nach der Zeit. Okay. Okay. Nett. Cool gemacht, aber... Komm ich jetzt noch hoch? Ah, du hilfst mir. Wunderbares Spiel. Du, 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 du. Das war... Das war... Das war nett. Aber wieder mal viel zu einfach, da gab's... Ich konnte nicht mehr sterben drin in dem Level, also... Weiß nicht. Na gut, jetzt geht's aber ab in die richtigen Fungi-Minen. Hier oben sind ja nur so Fungis und hier unten sind die Minen, ja. Aber dieses Level hält uns noch auf. Schleimiges Level. Namens. Expedition 1. Blob-lub-ruin. Oder Blob-lub. 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 Keine Ahnung. Fünfer seine Ruin. Du bist das? Iiiiih. Boah, ist ja ekelhaft. Aber es ist nicht wie Wasser. Man kann da ganz normal sich darin bewegen. Naja, was heißt normal, aber... Das ist sehr interessant. Und was anderes als Wasser. Und das hängt nämlich total an 1, 2 aus NSMB. Der Anfang grad. Blob. Ist ja cool. Erstmal da hoch. Hiiii. Wie schmeckt dieses Wackelzeug eigentlich? Nach Wackelfoding. Aber halt nach lebendigem Wackelfoding. Also nicht so gut. Ob das Daisy hier fällt? Ich kann mir das nicht so gut vorstellen. Oh, der hat mir bestimmt irgendwo so eine böse Zehnerpünze versteckt, die dann so ganz langsam runterfließt. Oder? Das Zeug schmeckt dir richtig gut. Echt? Wo noch denn? Ja, okay. Wahrscheinlich nach Wackelfoding, oder? Mach du schon wieder. Der macht das komplett weg. Okay. Der kann mir bestimmt helfen. Aber ich weiß noch nicht genau, wo und wann. Ach, das war klar. Hier kann mir helfen. Mach mal. Mach mal auf hier. Nein, nicht dort. Ach, du Idiot. Hier, wo ich bin. Hier, schau mal. Hier. Ob ich die Prozesse nass. Gut gemacht, Kumpel. Danke mal. Oh. Das ist wie spawnt wieder. Nach einer Zeit. Okay. Das wollte ich für immer weg. Oh. Das nehme ich mit. Weil das ist eine Bubble, die mir hoffentlich ein weiterer Powerpfer light. Yes. Wunderbar. Hier muss man runter. Hey. Hey, Kumpel. Hey, Kumpelblase. Hey, Kollege. Hey, Kollege. Dankeschön. Sehr ehrenwärtig von dir. Oh, wieder ein paar von euch. Alle killen. Alright. Yippee. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Das Spiel ist einfach ständig spaßig. Also. Falls ihr mal einen schlechten Tag habtet oder so. Wirft einfach dieses Spiel an. Und ihr habt einfach wieder Spaß. Egal wann, wie, wo. Zumindest bei mir ist es so. Also nicht, dass ich jetzt einen schlechten Tag hatte. Da unbedingt aber. Egal, wie, wo ich jetzt habe. Weil wir dann wieder jetzt besser. Nein. Nein. Naja. Feuerblumen verloren. Aber zumindest die Wunderblume entdeckt. Richtig hoch. Soll das sogar hoch, ne? Oh, was bin ich denn jetzt? Oh mein Gott, das bin ich so slime. Mit Make-up. Das ist ja cool. So ein Wettrennen auch ein bisschen hier, ne? Warte. Nein. Oh, Mann. Steuerung ist komisch. Ist ungewohnt. Okay, jetzt habe ich. Oh, du. Oh, das geht voll schnell durch. Oh, da ist noch was. Das ist voll die coole Transformation. Ich finde es aber cool, dass sie so eine Inspiration genommen haben von Mario Odyssey. Und mit der Transformation nicht aufgehört haben, sondern die halt hier auch reingefügt haben. Aber wenn sie sich ganz andere sind, ist trotzdem Transformation. Ja. Und sowas kennen wir. Bin ich jetzt mal behaupten aus Mario Odyssey. Das geht mir auch wieder ab. Was findest du? Ist hier noch was? Ja, Münze. Ah! Jetzt will ich ein kleiner Blutsch. Blutsch, Blutsch. So, ich kann hier lang. Vorsichtig. Ey. Ey. Er hat mich angesabbert. Egal, hier ist Geld. Du darfst mich ansabbern, wenn du mir Geld gibst. Ja, nice. Ich sag' aber das gleiche, aber es geht euch noch was zu sagen. Ihr habt es einfach toll. War wieder ein gutes Level. Das ist wirklich... Game of the Contender. Bin ich ganz echt mit euch. Bisher könnte es wahrscheinlich sogar gerade mein Geld hier sein. So gut ist es. Sehr. Okay. Da blubb. Da blubb. Da blubb. Blubb. Hey, du da. Wir haben dich gerettet. Hey. Da bist du ja. Ich kann es kaum glauben. Du hast den richtigen Ausgang gerecht bei dem ersten Besuch gefunden. Bei dem ersten Versuch. Selbst ich verlaufe mich da meist. Lass uns weg also gefunden. Dann treffen wir uns zwei bei den Mixed-Ruinen wieder. Oh, stimmt ja. Als ich neulich in der Miele gearbeitet habe, bin ich auf diesen One-Up-Pace gestoßen. Bitte nehmen ihn doch. Ich bin mir sicher, dass er nötig sein wird. Soll das denn heißen? Bin ich so schlecht. Oh. Abzeichentest. Rankenschuss 1. Ein neues Abzeichen. Wie es scheinen können wir das Rankenschuss selber schießen. Was voll cool aussieht, weil ich mal ganz ehrlich bin mit euch. Das sieht richtig cool aus. Enterhaken. Rankenschuss. Drücke hinter der Luft. R oder schüttel den Controller, um eine Ranke abzuschießen, die sich an Wände festklebt. Und die geht immer nur dahin. Okay, dahin, wo man schaut. Das ist echt cool. Also. Das feiere ich voll. Das fühle ich. Sweet. Dankeschön. Nein. Und das. Yes. Ich habe ja schon den Dreh raus, glaube ich. Das ist einfach genial. Einfach genial. Ich glaube, ich werde jetzt die nächsten Level lang ausrüsten. Einfach nur mal so, um zu schauen, ob der auch einen wirklich hilfreich ist in den Leveln. Okay. Ja, lang. Boy. Man kann sogar zur goldenen Spitze sich hochcheaten. Das ist geil. Ja, nice. Ich hoffe, ihr hattet den Part auch geil. Wenn ja, lass doch ein Like da. Was ist das, falls ihr neu seid? Und see ya beim nächsten Mal dann wieder. Bei Super Mario Bros. Wanda. 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 Wanda.